Notfallsitzung Nach allem, was passiert ist, zweifle ich ernsthaft an meinem Urteilsvermögen. Ich starre aus dem Fenster, während hinter mir ein Hüstel ertönt, welches mir klar macht, dass John Flynn mein Schweigen durchaus richtig deutet. Was ist los, Christian? Noch mehr solche Notfallsitzungen mit dir und ich kann meine normalen Patienten nicht mehr versorgen. Ich habe Anna gesagt, ich würde ins Büro gehen und bin direkt zu John gefahren. Was habe ich nur getan? Wie konnte ich diese eh schon verzwickte Situation noch schlimmer machen? Warum musste sie auch ins Spielzimmer gehen? Warum keine Angst zeigen? Und was habe ich mir nur dabei gedacht, gleich den Flocker zu benutzen und dann ohne Vorwarnung in sie einzudringen? Ich habe nicht getan, was ein normaler Ehemann mit seiner kranken, schwangeren Frau tun würde, sondern genau das, was man von einem abgefuckten Miss Calvimia erwarten würde. John, ich habe meine Frau gefickt. Meine Stimme klingt hart, so hart wie die Worte. Flynn sagt nichts und schweigt. Wenn er schockiert ist, zeigt er es nicht. Ich nehme an, es war einvernehmlich, kommt seine angenehme Stimme nach einer Weile fast amüsiert durch den Raum. Warum? Ich nicke. Sie hat sich nicht gewehrt und bereitwillig mitgemacht, aber darum geht es ja gar nicht. Anastasia, im Spielzimmer ist unter normalen Umständen schon eine Belastungsprobe für meine Beherrschung, aber heute war es das Ende meiner Selbstkontrolle. Ihre Flucht, ihre Aktion zuvor mit Heid, die Angst, die ich um sie ausgestanden habe und die Unsicherheit, weil momentan jedes Wort, jede Berührung in ein Minenfeld führt, all das hat meine Wut heute im Spielzimmer dazu gebracht, die Kontrolle zu übernehmen und sämtliche Vorsicht fallen zu lassen. Und sie hat es nicht nur gewollt, sondern auch nötig gehabt. Trotzdem fehlte etwas. Es war nur Sex. Und zum ersten Mal in meinem Leben war es ohne dieses tiefe Gefühl, welches sie mir sonst entgegengebracht hat, nicht vollkommen. Zugegeben, es war heiß, befriedigend auf jeden Fall, aber kein Ausdruck ihrer Liebe an mich. Eher ein Ausbruch von Emotionen, die uns beiden gärten. Und ich bin mir unsicher, ob ich mir diese Aktion auch nur einen Schritt in die richtige Richtung getan habe. Stockend beginne ich John Flynn alles zu erzählen. Allein die Tatsache, dass er ruhig zuhört, beunruhigt mich. Kein humoriger Kommentar, um mir meine Besorgnis zu nehmen, als ich wieder schweige, seufzt er auf. Keine einfache Situation. Hast du mit ihr darüber gesprochen? Ich schüttelst um den Kopf. Was hätte ich einer auch sagen sollen? Ein netter Fick? Christian? Ich fahre herum und Flynn sieht mich forschend an. Du hast Angst vor Anna. Richtig. Hab ich Angst vor ihr? Natürlich nicht. Ich schüttel erneut den Kopf, fast schon resignierend. Nein, nicht vor ihr John. Vor dem, was sie mir antun könnte. Sie könnte gehen. Und ich kann absolut nichts dagegen tun. Flynn sieht mich ernst und besorgt an. Wie deine Mutter, oder? Ich fluche los und Flynn wartet geduldig meinen Ausbruch ab. Du hast recht. Sie könnte gehen und du könntest sie nicht aufhalten. Deine Verlustangst ist momentan viel größer als deine Sorge um die Frau, die du liebst und geheiratet hast. Das sorgt dafür, dass du zu vorsichtig mit ihr umgehst und dann unnötigerweise die Beherrschung verlierst. Sei du selbst, auch wenn es vielleicht ein Fehler ist. Sie hat sich schon einmal in dich verliebt und ihre Erinnerung wird wiederkommen. Und dann wird sie sich auch an alles erinnern, was jetzt passiert. Er starrt, drehe ich mich wieder zum Fenster um. Ein beunruhigender Gedanke. Sowohl meine Vergangenheit als auch meine Gegenwart beeinflusst in meine Zukunft. Und ich habe keine Kontrolle darüber. Verflucht! John, was soll ich nur tun? Wie soll ich mit ihr umgehen? Ich habe schon zu viele Fehler gemacht. Ein mildes Lächeln liegt in seinen Zügen, als ich mich zu ihm umdrehe. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, dich einfach zu entschuldigen und mit ihr über deine Besorgnis in Ruhe zu reden. Oder in ihrer Nähe zu bleiben, wenn sie Fragen hat und verstört ist. Seine Worte treffen mich wie schmerzhafte Peitschenhiebe. Aber er hat recht. Und das ist nicht gut. Schon wieder habe ich sie alleine gelassen. Zu sehr mit meiner eigenen kaputten, abgefuckten Vergangenheit beschäftigt. Zu sehr in Sorge, was ich verlieren könnte. Und ich bin nach diesem, für sie mit Sicherheit verstörendem Erlebnis im Spielzimmer einfach gegangen. Sie hat heute einen Termin mit der Frauenärztin. Ich will danach gleich mit ihr reden. Ich klinge ein wenig kleinlaut und John sieht mich das erste Mal böse an. Und du begleitest sie nicht? Ich höre den Tadel seiner Stimme und auch die Enttäuschung. John, ich wusste nicht, ob sie mich dabei haben wollte. Es ist sehr intim und sie erinnert sich nicht an mich. Herrje Christian, du kannst nicht auf der einen Seite deine Frau begehren und, um deine blumige Wortwahl von vorhin aufzugreifen, ficken und sie auf der anderen Seite mit euren Problemen und eurem Leben alleine lassen. Schon gar nicht jetzt. Und du wirst mit ihr über das Baby reden müssen. Eigentlich solltest du nicht hier sein, sondern bei ihr. Selbst wenn du nur vor der Tür wartest. Er hat recht. Schon wieder. Und Wut überkommt nicht, die sich ausschließlich gegen mich selbst richtet. Wenn ich mich mehr um sie gekümmert, besser auf die Schwangerschaftsnachricht reagiert hätte, wäre sie dann Jack Hyde nicht so bereitwillig entgegengetreten? Hätte sie mir dann vertraut? Und hätte ich gleich geahnt, was los ist, als sie die fünf Millionen abheben wollte? Ich werde mit dir reden. Noch heute. Zufrieden? Flynn hebt deine Augenbraue und schüttelt den Kopf. Es geht nicht darum, dass ich zufrieden bin, Christian. Es geht um Anna und dich. Wütend gehe ich zur Tür. Versuch nicht, den Paartherapeuten zu spielen, John. Du bist mein Seelenklempner. Also kümmere dich nur um mich und lass meine Frau da raus. John schüttelt milde weiter den Kopf. Christian, gehe zu deiner Frau. Wir reden weiter, wenn du dich etwas beruhigt hast. Als ich einige Minuten später zu Teilhands Auto steige, fällt mir auf, dass mich John Flynn zum ersten Mal mit seinen letzten Worten quasi aus seiner Praxis rausgeworfen hat. Fuck. Sogar bei ihm entgleitet mir gerade die Kontrolle. Ich sollte direkt nach Hause. Aber stattdessen fahre ich ins Büro und arbeite noch ein wenig, auch wenn ich mich kaum konzentrieren kann. Allerdings kann ich mich beim Einsetzen der Dämmerung nicht länger vor meinen Fehlern verstecken. Ich muss nach Hause und mich mit Anna auseinandersetzen. Was ist bei Dr. Greeny wohl geschehen? Ich habe die Ärztin gebeten, vorsichtig mit Anna umzugehen und ihre Entscheidung zu akzeptieren. Vielleicht möchte meine Frau dieses Kind jetzt gar nicht und sie zu einer Schwangerschaft zwingen will ich nicht. Obwohl alles in mir sich gegen eine Abtreibung wehrt und ich Angst vor Annas Entscheidung habe. Ich habe an diesem Punkt ebenfalls die Kontrolle abgegeben und auf einmal wird mir klar, dass Anna es wirklich tun könnte. Sie könnte unser Kind abtreiben. Ich war auf vieles vorbereitet, aber nicht auf den Schmerz, den dieser Gedanke auslöst. Jetzt, da ich nicht weiß, was sie getan hat. Das Bild einer Miniaturausgabe von ihr in meinem Geist stehe ich erstarrt in meinem riesigen Büro und erkenne, dass ich dieses Kind will. Mit ihr. Als Familie. Trotz aller Probleme, denen wir noch ausgesetzt sind. Oh mein Gott. Ich habe Dr. Greeney auch noch gebeten, mit ihr darüber zu reden. Was hat er denn da getan? Ich muss nach Hause. Ich muss es wissen. Als ich aus dem Aufzug in unsere Wohnung trete, legt Gail beschwörend einen Finger an die Lippen und ich sehe, warum. Anna liegt auf der Couch und schläft. Sie sieht blass aus. Ist sie noch schwanger, oder? Mit einer Handbewegung entlasse ich Gail und diese nickt, während ich mich zu meiner Frau begebe. Viel zu blass. Viel zu dünn. Hat sie heute überhaupt richtig gegessen? Und wenn ja, hat sie es bei sich behalten? Diese Übelkeit macht mir Sorgen. Sie hat keine Reserven, aus denen sie schöpfen könnte. Selbst im Schlaf beißt sie sich auf die Lippe und ich würde mich am liebsten zu ihr legen. Vorsichtig setze ich mich zu ihr und hebe ihren Kopf auf meinen Schoß. Sie murmelt etwas und dreht sich zur Seite, sodass ihr Kopf ganz nah an meinem Hosenbund liegt. Und für einen Moment wünsche ich mir ihre Lippen um meinen Schwanz. Das Vergessen des Alltags, während Anna mich verwöhnt. Verspannt lege ich meinen Kopf zurück und denke an heute früh zurück. An ihre Erregung. Ihr erstauntes Gesicht, als ich sie genommen habe. Und den fantastischen Orgasmus, den ich ihr verschafft habe. Das macht mir ein wenig Hoffnung. Sie strampelt die Decke weg und ich kann nicht anders. Ich lege meine Hand auf ihren Bauch. Ihre Augen öffnen sich. Sie sieht mich wütend an und schlägt meine Hand weg, während sie von mir wegrückt. Wie konntest du nur? Ihre Worte sind ein heiseres Fauchen in ihren Augen, schimmernd Tränen. Ich brauchte nicht nachfragen. Ich weiß, was sie meint. Aber zuerst benötige ich eine Antwort. Hätte als beabsichtigt, ziehe ich sie wieder an mich heran, schlinge ihre langen Haare um meine Hand und biege ihren Kopf leicht zurück. Bist du noch schwanger? Meine Stimme klingt rau, verzweifelt und bittend zugleich. Ja, bin ich. Aber das ist nicht dein Verdienst. Flüstert sie leise und beginnt zu weinen. Fuck. Vorsichtig ziehe ich sie noch näher an mich heran. Gott sei Dank. Murmel ich an ihr Haar, während sie haltlos an meiner Brust weint. Auch meine Augen brennen. Meine Frau will unser Kind und ich habe endlich erkannt, wie sehr ich dieses Kind ebenfalls möchte. Unabhängig von meiner Angst, als Vater zu versagen. Ist mit euch beiden alles in Ordnung? Frage ich leise nach und sie nickt. Während sie weiter weint. Es tut mir so leid, Anna. Meine Entschuldigung klingt lahm, aber sie nickt gegen meine Brust. Warum hast du das getan? Ein Flüstern. Nur ein raus, verzweifeltes Flüstern. Ich seufze auf. Wie soll ich ihr erklären, dass ich nicht an das Baby gedacht habe, sondern nur an sie, an ihre Situation und ihren Ausweg offerieren wollte. Einen, über den ich wirklich nicht gründlich nachgedacht hatte. Wie ihr mitteilen, dass ich gehofft habe, sie würde mir meine Ängste nehmen, indem sie eine falsche Entscheidung treffen würde, die mich aus der Verantwortung entlassen hätte. Wie sagt man seiner Frau, dass man ziemlich abgefuckt ist und selbst als Kind keine Eltern hatte, die man als Beispiel für das eigene Leben nehmen kann? Vorsichtig hebe ich ihr Kinn an und sehe ihn in ihre Augen. Es tut mir leid. Mehr als du ahnst. Auch mein Verhalten von heute Morgen. Wir müssen uns dringend unterhalten. Sie nickt leicht und sieht mich so traurig an, dass ich nicht anders kann und ihr einen zärtlichen Kuss auf den Mund tauche. Ich werde versuchen, dir alles so gut zu erklären, wie ich kann. In Ordnung? Wieder berühren sich unsere Lippen und diesmal dauert der Kuss länger und wird immer wilder. Ihre Zunge fordert mich heraus. Sie küsst mich wütend, fast aggressiv. Ich versuche mich zu lösen. Das hier ist als Gespräch geplant, nicht als wilde Knutscherei. Anna, reden, knurre ich und schiebe sie von mir. Wieso bist du so verwirrend? Was führen wir nur für eine Ehe und warum erklärst du es mir nicht? Ihre Fragen sind berechtigt und ich rücke sicherheitshalber noch ein wenig weiter von ihr weg. Zuerst das Wichtigste. Vorsichtig sieht sie mich an. Anna, hast du etwas gegessen? Sie nickt, aber ich traue ihr nicht. Was? Meine Stimme klingt härter als beabsichtigt, aber ich kann es nicht verhindern. Sie isst einfach nie genug. Erbeeren und einen Teller Suppe. Wütend stehe ich auf und ziehe sie mit hoch. Wir gehen, fauche ich fast und sie sieht mich erschreckt an. Aufseufzend fahre ich mir durch die Haare. Ich kann nicht mit ihr hier in der Wohnung bleiben, sonst falle ich gleich wieder über sie her. Außerdem müsste sie etwas Anständiges essen und wir brauchen dringend ein neutrales Terrain. Anna, zieh dich bitte an. Wir gehen aus. Genau gesagt, wir gehen etwas essen und reden. Sie bewegt sich keinen Zentimeter. Anna, ich merke, wie meine Geduld sich verabschiedet. Es war ein langer und ereignisreicher Tag. Nein, entweder du bittest mich wie ein normaler Mensch oder ich bleibe hier. Mir langt es allmählich. Meine Frau steht vor mir, die Arme vor der Brust verschränkt und sieht mich nicht sehr nachgiebig an. Anna, zieh dich um, wenn du nicht willst, dass ich es tue. Bravo, Gray. Vom Versuch geduldig mit ihr umzugehen, bin ich mal wieder meilenweit entfernt. Sie rollt mit den Augen und setzt sich störig wieder auf die Couch. Dann viel Spaß. Ich bleibe hier. Ich mag mich an nichts erinnern, aber ich weiß noch genau, wie man sich benehmen sollte und du benimmst dich gerade abscheulich. Wie ein bockiges Kind sitzt sie auf der Couch und starrt mich an. Ich hole tief Luft. Anna, würdest du bitte mit mir essen gehen? Jetzt? Ich fühle die Wut schon wieder in mir aufsteigen, versuche aber, mir John Flints Worte einzuhämmern. Geduld, Vertrauen. Ich darf es nicht noch weiter vermasseln. Bitte, Anna. Sie schweigt und nach einer scheinbar endlosen Pause, in der keiner etwas sagt, steht sie auf und sieht mich vernichtend an. Ja, ich gehe mit ihr essen, aber wenn du weiter so despotisch bist, ziehe ich in ein Hotel. Mit dieser Drohung geht sie ins Schlafzimmer und lässt mich geschockt zurück. Hotel? Ich sehe schon wieder rot. Das ist ein paar Leute. Und jetzt geht es mit uns, ich gehe mit mir aus, die mit mir aus das Schlafzimmer und ich sehe mit mir aus. Und dann geht es um das Schlafzimmer ich sehe mit mir aus. Ich sehe mit mir aus, Vielen Dank.